Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einer Folge! Was geht? Ah, schon habe ich keinen Bock mehr. So, Niklas, mach dich bereit. Ja, ganz genau. Danke Gunnar für diese Story. Ah, es war einmal der Wal, der war so hässlich. Und der ist gestorben, Ende. Ach, ja. Lenny. Ja, ich konnte nicht mehr alles lesen. Oh, wir wollen... Ja, warum nicht? Warum nicht? Why not? So, mal gucken, ganz genau merken, welche Farbe ich habe. Damit du ausnahmsweise mal nicht auf dich schießt. Ich bin gelb. Oh, ich bin blau. Yo, Guild! Ach ja, Leute. Okay, danke. Du weißt, dass das ein Magnet ist. Ja, wo springe ich? Mit Enter, ne? Ja. Ne, ne, mit Lett. Ne, ne, mit Lett. Alke Schnauze. Use Trinkets! Mal sehen. Was wird er tun? Where's your loot? Blackness! Such Fokus! So much wow! Hey, ich bin der Einzige, der hier gefokust hat. You're an absolute child. Thing! So, bitte. Bitte lass den da jetzt bei dem Fass dran sein. Ja. Bitte, 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 bitte. Nein! Auch gut. Ja! Hallo! Hallo! Was mache ich dir? Ich weiß, was ich mache, Sebastian. Lass das mal, lass die Situation mal so, wie es ist. Du kannst ja Luftangriff machen oder so. Ja. Wieso? Leck mich doch, ey. Ja. Ja, weil wir hier anscheinend im Haushalt gerade jemanden haben, der hier in den Keller kommt und das finde ich nicht toll. Das weiß ich eigentlich. Ich werde gleich mal muten. Ich werde gleich mal muten. Ja. Oh Gott. Also, ich mut mich mal. Ist geil. Bis gleich. Unterhaltet die Leute mal. Aber wie hört man das doch abziehen? Ich weiß, was ich... Seppo, auch wenn du dich mutest, hört man dich. Mute dich mal vernünftig. Mir kostet den Action. Nein! Ey, nicht gegen... Was hast du gegen Not hören? Ey, Leute. Ihr könnt mich nicht hören, wenn ich gemutet bin. Ja? Nein, wieder nicht. Aber deine... Nein, auch nicht. Ich mute nicht Teamspeak. Ich mute mein Headset komplett am Knopf. Der Ausschlag in der Aufnahme ist nicht vorhanden. Also mute ich mich ganz, ja? Was geil ist, ja, bei mir... Oh, Bunkerbombe stinkt. Der hat nach Bunkerbombe. Dann explodiert die. Use Trinkets. Äh, wenn die auf einen Boom trifft oder nach einer bestimmten Reiweite an Durchbohrung im Zärtinnere. Das heißt, auf einem Boom würde sie sofort explodieren. Use Trinkets. Jetzt. endeset insignificant. Du! Oh, Fick dich! Komm schon! Ja. Jetzt wollte ich machen. Wohohohoho Leckt mich! Das ist sowas von Fokus hier, ey! 141 Schaden in einer Runde. Wahrscheinlich. Hallo. Hallo? Das ist kein Fokos, davor du standst da einfach zu geil, das musste ich nutzen. Okay! Nur bei Niklas ist das... Fokos! Du kannst mich mal! Ah, was machen wir denn mal? Ah, ich möchte einmal etwas ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die... Hä? Keine Benzin war... Das ist ein Fallschirm. Ja, ich weiß. Fuck! Dann so hochfliegen, weißt du? Der hätte das überlebt, weil wenn das Ding da hinten explodiert wäre, wäre er rechts geflogen. Hm, ich weiß nicht. Oh, doch! Hoda! 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 Ja, weil der ist nach rechts gegangen und dann hat er wieder umgedrückt. Ja, Hunger, ich krieg natürlich am meisten. Ey, mecker nicht rum, das ist bei mir auch immer so. Ja, ja, guck mal oben hin! Ja, eben. Ja, wer ist denn derjenige, der am wenigsten Leben hat? Ja, du! Aber so geht's mir manchmal auch. Ja, ich nicht. Und zwar zu viel, das ist eine gute Idee. Dann kriegt ihr alle auf die Schnauze, bis ihr auf einmal anfängt. Ja, lass mal Niklas töten! Der ist so geil! Was? Also Niklas, ich will ja nichts sagen, aber das ist definitiv eine Lüge. Das ist eh klingt immer auf mich, weil ich so geil bin. Haha, interessant, mein Soundboard ist noch an. Ups. Nein. Ich darf also nicht einstellen. Ich darf nicht einstellen, wie viele Sekunden meine Dingens hier laufen. Meine Granaten. Aber sonst kommt die ganze Zeit Musik. Ja. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Nein! Wobei, zwischendurch darf man ja mal Musik abspielen. Ich denke, wir brauchen ein bisschen Chatt. Das ist ja wohl das, Alter. Oh, Mann. Entertainment auf höchstem Niveau. Ja. Das ist doch schon. Okay, nächstes Mal. Höchstem. Ja, also wir wissen, diese Folge dürfen wir nicht monetarisieren. Als ob wir irgendeine Folge monetarisieren. Nein. Ja, das ist auch richtig. Weg mich doch. Falsche Richtung. Du! Die gibt ja gleich falsche Richtung. Der soll ich nach rechts rechnen. Alter. Ja? Kann ich nicht einfach irgendeinen Betonesel oder so finden, ne? Ich habe eben Stählen gefunden, also würde ich dir den wegnehmen. Ich würde ihn jetzt sofort einsetzen. Ja, ja, ja. Na, wenn ich, also du meinst, den Betonesel von Reloaded, der einfach straight to the ground geht. Nein, hierbei geht der straight to the ground. Bei, äh, bei Dingens springt er hin und her. Ja. Was hin und her springt, finde ich besser. Ich weiß nicht, warum Florin das straight to the ground besser findet. Ja, das hat so ein bisschen... Das andere, das... Das Problem ist, er kennt noch die alten Titel und er ist an die alte Engine und so weiter gewöhnt. Das hier... Boah, Bildschirm, hör auf. Äh, das hier ist ein bisschen anders. Äh, das sind die neueren. Die sind halt realistischer, was das betrifft. Und deswegen finde ich die auch eigentlich besser. Das ganze Verhalten von den Würmern. Ah, ich weiß auch. Das Wasser finde ich eil. Das Wasser, eben. Das ist ein richtig guter Kaufgrund. Das Wasser. Das Wasser. Ja, komm, du weißt es ganz genau. Hier kannst du nur ersaufen und im anderen Wasser kannst du Leute wegspülen. Ja, okay, das stimmt. Das ist schon richtig geil. Na, und es gibt ja auch diesen 3D-Effekt. Wenn man hin und her geht mit der Kampf und so. Yo, Guild. Okay, next boss. Ja. Ich warte, das ist das erste 3D-Effekt. Ja, nicht was. Diese Würmer können nichts mehr machen. Ja. Dieser Move war scheiße. Von dir. Du hättest dich echt nicht dorthin stellen sollen. Ja, egal. Aber, wie gesagt, meine Regel, ich muss einmal pro Zug eine Wachkunde setzen. Weil es einfach meine Lieblingswaffe ist. Jawoll. Super scharf getötet. Lol. Hä? Warum habe ich gerade den Sound vom Schaf gehört? Ja, weil das super scharf in der Kiste war und kaputt gegangen ist. Ja. Wenn der Betonese wäre, würde ein Betonese spawnen. Ehrt das? Ja. Das wusste ich nicht. Das ist geil. So. Ja. Der springt über mich rüber und sagt, so. Fuck. Leck mich doch. Geht nicht. Lol. Thor ist halt ein so geiler Motherfucker. Der hat sich durch das Ding nach oben gesetzt. Ja. Er konnte ja nicht in der Kiste sein. Also nur oben behalb der Kiste. Ja, wir können in die Kiste gehen, Alter. Okay, next boss. Ich mach eine Lenkrakete nach oben, wenn du noch eine hast. Die reicht nicht. Die reicht nicht. Ja, wir können in die Kiste gehen, Alter. Du kannst die nicht hoch genug schießen, Niklas. Hammergeil. Das finde ich gut. Einfach damit der Kiste noch nicht so früh stirbt. Damit er sich nicht so gefokust fühlt. Ich fühle mich die ganze Zeit gefokust. Das ändert auch nichts daran, dass jetzt Gunnar gefokust wird. Boah, ich weiß man nicht. Boah, ein Elektromagnet. Der funktioniert doch nicht. Hallo. Weck mich Gunnar. Du bist ein kleines Arschloch. Sorry. Ich hab dich nicht gesehen, alter Mann. Boah. 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 Ja, mein Wurm ist dort. Ich fühle mich ziemlich pekey. Dieser Fokus. So viel Fokus. Ich fühle mich gefokust. Ich fokuse mich selbst, Mama. Ja, ich zeig dir gleich mal. Ich fokuse mich selbst gleich. Ich fokuse mich. 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 Ich fokuse mich selbst fokuse. Oh ja. Getrekt. Oh ja. Jawoll. Sag mir bitte, dass das nachfallen ist. Nein. Nein. Ah. Ah. Könntest du ja gleich machen. Äh. Ich muss die Wurm jetzt echt da wegkriegen. Ja, der 150er. Er säuft vielleicht. Listen to Raid Leader. Ach. Äh. Na dann halt der andere. Brake Line in Zeit. Ah. Ah. Verzeihst du mir, dass ich mich ausnahmsweise gleich mal nicht fokuse? Mich nicht fokussen? Äh. Scheiße. Nein, dass ich mich selbst nicht fokussen werde. Hm. Ah. Hättest du denn... Na gerne kann die Katze auch nicht gemacht. Nein. Aber ich muss Napalm einsetzen. Ich hab Prioritäten. Brake Line in Zeit. Ja auch. Ich fokuse mich. Ich fühl mich gefokust. Willst du mich verarschen? Ja. Faster, faster. Komm, das Feuer muss sich doch doch nur durchgraben. Das stimmt. Ja. Es ist gerade ausgefallen schon damals. Ja. Alter, dieses Spiel ist so scheiße, ey. Wir nehmen hier gleich nach Clan Wars auf, ne? Tja, Shaco hat einfach die Dodging-Skrips. Ja. Wie man in meiner Montage gesehen hat. Also, wir stellen fest. Erstens, nein. Zweitens. Wir spielen gleich Clan Wars, ja. Was ist denn hier abstattet? Was will ich mir das machen? Na, haben wir Toni auch dabei. Von daher. Ja. Ja. Als ob wir den noch mitkriegen. Die CSGO-Hure. Ja. Jetzt auch nix anderes. Das ist unfassbar. Einwand kann der Charme eigentlich. Ja, Gona, kannst du dir jetzt auch suchen? Direkt neben dir oder zwischen den? Ja. Ja. Bitte hör auf. Schaf. Ja, Gona, du hast eindäufig was Gutes gemacht. Ich habe nichts, aber mehr Schaden gemacht als wir selber. Das ist schon mal Respekt oder Reuspekt. 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 Ach, Reuspekt. Leck mich doch. Reuspekt. Ach, leck mich doch. Wüffel. Ja, Wüffel. Genau, er leckt mich doch. Wenn er das einsetzt, dann habe ich ein Problem. Okay. Das könnte funktionieren. Könnte funktionieren oder auch knapp. Oh, hast Glück. Nein, hast kein Glück. Lol. Äh, unfassbar. Was war denn da bitte noch? Da war nix. Da war ein Nippel. Ja, du mit deinen Nippel, Gunnar. Gunnar und Nippel, ey. Best Friends. Die Folge nennen wir Gunnar und seine Nippel. Nein. Die Folge wird die meisten Anrufe haben. Nein. Das ist das Rechte. Darf ich mit dir die Beschreibung machen? Nein. Die Beschreibung? Ich will die Beschreibung machen. Ich will die Beschreibung machen. Ich gucke mir die Folge nochmal durch. Und dann mache ich eine Beschreibung. Die Frage. Die Frage. Die Frage. Der muss sich ja. Er wollte sich selber fokussen. Können wir noch 4 Würmer? Das ist nicht tolerierbar. Echt? Das hat einen Wurm, der nichts machen kann. Und zwei gute. Ja, da recht. Deswegen, Gunnar, könntest du Napalm einsetzen? Ah. Der da unten explodiert hundertprozentig. Da ist immerhin eine Kiste, ne? Ha, das stimmt natürlich. Der Wind ist auch günstig. Mir kostet nichts. Nein. Ja, der ist tot. Boah, dass die Kiste nicht explodiert ist! Alter! Du explodiert doch nicht durch Feuer. Doch! Nein! Doch, eigentlich schon. What? Normalerweise schon! Wir sind ein Raidleader. Auch jetzt war es aber schöner. Würdest du 2 für immer so schön runter schubsen. Und her saufen lassen. Komm schon! Der landet auf dem anderen. Jawoll! Lol! Der ist auch tot. Die machen 25 Schaden. Das war genauso geplant. Double Kill! Boom! Wukong macht 2 kalt! Ja. Jawoll! Wukong rasiert. Double Kill! Das ist nicht so schwer für Wukong. Hallo! 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 Alter, kannst du im Ernst, ne? Oh. Hallo! Aber richtig auf den Sack, gib mir hier das Deutschsprach. Ähm. Die ganze Kacke nochmal hier. Well? Well? Geht euch das deutsche Sprachpaket für Worms auch auf den Sack? Ich hab mir das glaube ich noch nie angehört. Doch. Ich hab mir das noch nie angehört. Ich hab mir das noch nie angehört. Doch. Ich hab mir das noch nie angehört. Doch. Ich hab mir das noch nie angehört. Es hat nicht funktioniert. Der sollte eigentlich gerade mit runter fallen. Naja. Lappen. Naja. Lappen bitte mal. Lappen bitte mal. Lappen bitte mal. Lappen bitte mal. Jettpack. Jettpack. Arschloch. Die Fami. Ah. Das klappt doch nicht. Ich sag doch das das nicht klappt. ich glaube ja nicht das gewinnt die runde ich glaube nicht knapp auf jeden fall ich bin ich das aber in unsichtbarkeit ich weiß es nicht nein das klappt das schaff sie so süß aus nein 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 man aber du ich kann ja sagen wenn wir einen fehler höchstwahrscheinlich machen ich zeige mal mit der kamera darauf genau auch nähe gehen ich kann nicht mehr das heißt frau ist eine frau das bin ich er geht runter und macht dann ja ist klar wenn es mich verarschen wenn ich dich jetzt wieder belebe hilfst du mir dann niklas platz zu machen ja gut wenn ich mich verarschen ja warum warum sport der dort bist so schlecht niklas eine möglichkeit übrigens um den toten wurm den instant zu töten ist den unter wasser wieder zu problem so der wurm ist rechtsgleich versorfen schafft er das so und jetzt wird er fünf siebziger ist auf ich kann schwimmen der überlebt das nein nein er ist ein ball er ist sogar noch was ich toll finde er kommt nicht zu mir hin ok leg mich nooo oh 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 lol luck 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 ja das hat der ton ja jetzt hat er dann super scharf nein super scharf ist so wichtig super scharf wäre ja unwichtig gut an aber jetzt ist er tot oder nicht unbedingt guck mal wie viele sachen im weg sind niklas hat eine sehr große unwahrscheinlichkeit dass er mich tötet oh weck mich doch alter oh was ja trotzdem man man ich hatte eine heilige handgranate und noch irgendwas hoffentlich in der jese wukong hat den besten schuss am besten unterhalten und ich war am genossen und ich hätte es angeblich gleich lassen sollen leckt mich doch Olaf hat sich unter der Bettdecke versteckt ja das glaube ich so wir bedanken uns fürs zuschauen oh yeah ja und wir sehen uns in demnächst einer weiteren folge what was es sein wird Clan Wars oder Reloaded steht in den Sternen nein oder in Gunners Unterhose man weiß es nicht bis demnächst bis demnächst